Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und es ist kein Scherz, wir spielen Ich bin Jesus Christus I am Jesus Christ Und ich glaube, dass dieses Spiel kein Scherz ist Es ist eine ganz, ganz frühe Alpha-Version, die man gerade auf Steam testen kann, die wollen das Feedback wissen Ähm, ich glaube, dass das kein Scherz ist, ich glaube, man kann hier wirklich Ich hab mich ein bisschen erkundigt, man kann hier wirklich die Geschichte von Jesus nachspielen Ich weiß nicht, ob wir nicht originalgetreu, also Man kennt's ja Mit seinen Jüngern und Judas verrät ihn und Ich kenn mich sonst noch Ähm Abendmahl und am Kreuz und Pontius Pilatus und dieser Leisen Ähm, oder ob das ein bisschen hier Ich weiß nicht, ob die Action ist, ob das einfach wirklich nur Original-Bibel-Zeugs ist, sag ich mal in dem Sinne Jetzt, kein Hate bitte Ähm, Original-Dings und du spielst das wirklich nach Musst du schießen, musst du kämpfen, musst du Wen verraten, musst du Keine Ahnung Auf jeden Fall, Chapter One John Elf, Psalm Elf oder was In the beginning 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 Yeah In the In In the Listen properly In the beginning In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The Word became flesh, and made his dwelling among us. I think this is not a joke, this game. An angel of the Lord appeared and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Ach, Joseph und Maria. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Because he will save people from their sins. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Yeah, that's true. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them and said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in a manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. The graphic is crazy, right? And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Jetzt bin ich gespannt. Es gibt mir ein Schwert, ich bin Jesus Christus. Ich bin Chiky Chah. Oh, jetzt 30 Jahre später. Jesus ist alt geworden. Your time has come at last, oh beloved child of God Almighty. Alter, ist die Grafik verpasst. Oh, das ist ja ein bisschen. Oh, das ist John the Baptist. Ist das so ein Rieselspiel oder was ist das? Oh, ein Game oder was? Okay. Okay, now please seek out John the Baptist. Spalte das Meer. Ach nee, das war ja Moses. Lull. I should talk to my mother. The awakening. Alter. Oh, ist das denn geil. Wartet mal. Alter, erstmal den Sound ein bisschen leiser machen. Alter, hier ist noch alles buggy. Der Dings ist auch volle Bulle. Ja. Nur der erinnert sich was. Nee, alles volle Bulle. Bisschen Grafik ever. So, wir sind Jesus und müssen zu unserer Mutter. Kann man spielen? Jo, man kann sogar spielen. Nur die Grafik. Das soll Unreal Engine 5 oder 4 sein? Äh, da ist ja schlecht. Das ist doch nur ein Witzgame. Jesus hat mehr verdient. Yes, Jesus. No, Maria. Ja, ich bin aufgewacht. Da war ein Engel in meiner Drei rum. Weißt du, wo John the Baptist ist? Do you know where I find him? Okay, ich soll den Markt rumfragen. Boah, Alter, ist zum Stoppen. Alles geht. So. Ja, komm, ein bisschen spielenweise. Woah. Head into the market and ask around concerning John. Wie irgendwer weiß, da oben. Ihr seht das doch, wo man leistet. Zeig dir an, wo ich hin muss. Ja, Grafik ist komplett verwaschen, ne? Vor allem das Verwaschen, wenn ich wäre. So, ich hätte das vielleicht gar nicht so schlecht, wo wir uns zu verwaschen. Egal. Weil wir können sogar springen. I am doing this for you. I want you to know, that the things you have been taught are true. Ich zaubern. Was, ein Wein verwandeln. So. Wo sollen wir hin? Mit den Leuten hier reden, oder was? Mit ihm hier? Yes. Villager. Do you know something about... Wappestist? Hm. Yes, I know him. I punched him da, da, da. Hä? Was? I just punched him the other day. Soon I kill him. Oh, it's blasphemy. And false teaching. Also, ihm ist so einer. Okay. Peace is with you, oder? Was ist ihm hier? Hm. I don't know John the Baptist. No, thank you very much. I seek you out, your friend. Okay. I can move faster. Head to the southern side of town and consult the man who knows the whereabouts. Also, irgendeiner soll es wissen. Da hinten. Irgendeiner soll... Ja, die Grafik, guck mal jetzt, ne? Wenn man so weit guckt. Aber es ist halt alles so verwaschen hier noch, ne? Na gut, es ist ein früherer Alpha. Aber das Spiel in mega geiler Grafik dann noch? Hat man Bock auf Erkunden, ne? Man kann mal Jesus spielen. Darf man das so eigentlich, so ein Spiel machen? Darf man das? Muss man sich da Lizenzen holen, um das Spiel so zu nennen und das zu machen? Das will ich gerne mal wissen. Das hat sich ja noch keiner getraut, ne? Warum hat noch keiner ein Spiel suchen von Jesus? Lebensgeschichte gemacht. Weil eigentlich gibt das ja einiges her. Es gibt ja auch 10.000 Filme darüber. Das ist ja auch erlaubt, ne? Müsste doch ein Spiel eigentlich auch erlaubt sein, oder? So, und er soll jetzt wissen, oder ist er jetzt John? John? John Follower. Hallo, ich gucke für John Baptiste. Yes, he is who I'm looking for. Peace with you. So, was gibt es denn jetzt für eine neue Quest? Report to Mary about that you've learned from the John the Baptiste Follower. Okay, was wir von dem Anhänger hier gelernt haben, sollen wir jetzt unserer Mutter Maria sagen. Ja, ne? Also Grafik kann was haben, wenn das... Es ist laut, ne? Ich kann den Sound irgendwie nicht leiser stehen. Ist ein bisschen wacky. Und so John the Baptiste appeared in the desert. Aber John the Baptiste? Kenne ich nicht. Hab' ich noch nie gehört. War da noch mal irgendwas? Wenn jemand einen Feind gehabt, oder was? Leute, und alles, was ich sage, dann nennen das mit ihnen hier ernst. Äh, keine Religion, Satan, keine Ahnung, hier, ne? Ich bin hier nicht. John baptized them in the Jordan River. Versuchen wir mal. Ich glaube übrigens, Satan. Du warst so nebenbei. Aber wenn Leute da nicht an Gott glauben, oder an andere Religionen haben, oder anders, sind es auch in Ordnung. Und wenn welche an Aliens glauben, ist das auch in Ordnung. Also jedem das seine. Aber wir wollen hier das Spiel mal angucken. Darum geht's ja gerade. Ähm, kann ich sagen, hier hoch, hier. Musik, sehr schön. Grafik komplett verwaschen. Ich hab' alle so volle Pulle. Grafik ist grauenvoll. So unscharf. Dabei hab' ich meine Brille aufgeguckt. Machen doch seine schönen Momente. Guck' ich zur Seite her. So, ne? So, ab zu Maria. Hallo, Mutter. Okay. Wir gucken ja mal, was links da steht. Get inside the house and take some rest, before... Okay, ich soll ja nach Nazareth, oder was? Ich bin ja Jesus von Nazareth. Oh, man kann sogar Türen aufmachen. Okay, wir gehen jetzt einmal schlafen. Und dann geht's ab... Report your mother before leaving to... Okay. Also nochmal zur Mutter Bescheid sagen, dass wir gleich abhauen und den John suchen. Okay. Wollen wir ihn dann noch? Ich komm' dann wieder, Mutter. Kuss, kuss. Head to the man who has heard of your trip. Okay. Irgendwer so von meinem Trip gehört haben und will mit mir reden. Boah, Digga. Rüber hier. Junge. Boah, Alter. Da gibt's keine Pferde und einen Esel oder so. Wenn wir nicht so viel laufen müssen. So, was will der? Ah, beide gebrochen. Aber wir können uns ja selbst heilen, wahrscheinlich. Jesus. Oh, Mann. Hoch hier, Alter. Oh, shit. Oh, Gott. So, wer will hier mit mir sprechen? Also, wenn man nahe ist, ne, guckt euch das mal an. Nicht so schlecht. Aber irgendwie ist die Grafik voll verwaschen. Wer ist das? Moses, bist du's? Pontius Pilatus. Hallo, Jesus. Ja, ich habe... Oh, da gibt's noch ein bisschen Food. Danke. Leave Nazareth by following the road out off the markets. Hello, Jesus. Goodbye. Äh. Hier oder was? Ah, nee, warte mal. Ja, doch. Hä? Hä? Boah, diese Bilder, Alter. Kriegt man da oben Krebs. Hallo, Jesus. Äh? Chapter 2. The beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. Ah, jetzt können wir hier die verschiedenen Level. Okay, komm, das nächste Level spielen wir noch runter. The beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. John wore clothing made of camel's hair with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. And this was his message. I baptize you with water for repentance. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. You can head straight from here to reach John the Baptist. He is by the Jordan River. Ah! I have to get back to setting up shop in the Nazareth market. But please, take care. You should eat the food I gave you. Alter. Nee, man kann's aber nicht leiser machen. Ich hab's ja schon. Nee, du kannst es. Verbackt, die Scheiße. Das ist ein Survival-Game, oder was? Oh. Ja, ich hab's gegessen. After all, you can use while overing over food. I'm hungry. Ich hab doch was gegessen. Wollt nicht. Ach so, da geht's doch weiter. Jetzt muss ich jetzt schon. Er beachtet mal auf die Blitze. Man kann's nicht leiser machen, ne? Ah, hier. Oh. Oh, die Blitze sahen nicht geil aus. Head straight through the rain towards the Jordan River and find John the Baptist. Ja, wie gesagt, so ein Erlebnisspiel kann ich mir durchaus vorstellen. Mit der ganzen Geschichte. Aber auch mit den brutalen Sachen, die dann noch kommen. Der eine ist, ihr lebt, der Bursche. Oben links das Bild. Okay. Was ist da denn? Busch. Wir müssen aber hier landen, ungefähr. Ah, die Nahrung da oben geht immer tiefer. Ihr seht das. Oder Ja, wo ist das? John sprach mit den crowds kommen zu beobtizieren bei ihm. Anyone who has extra clothes should share with the one who has none. Und anyone who has extra food should do the same. Und Even tax collectors came to beobtizieren. Teacher, they asked. What should we do? Don't collect any more than you are required to, John told them. Then some soldiers asked him. And what should we do? John replied, don't force people to give you money. Don't bring false charges against people. be happy with your pay. I hear that is right. The people were waiting. They were expecting something. They were all wondering in their hearts and John might be the Messiah. What the fuck? No. I don't think that that didn't I don't that to that that Why is the graphic so grot that ? Continue heading towards John the Baptiste. We're there. We can to the Beren up. Was ist er denn? Ich weiß, ob er gerade an der Tast steht. Oder? Ne, er ist da drin. Er tauft. Er tauft wieder die Leute. LOL Ich bin gekommen, damit er mich baptisiert, Alter. I need to be back. Okay. Er tauft uns jetzt. Oder sowas. Ach, hat er das mit diesem... Hat er das mit diesem Taufen erfunden? Ich weiß es nicht. LOL LOL Yo, alles klar. Was haben wir jetzt bekommen? Eine Superfähigkeit? Was ist jetzt? Nein! Hold, pray and gain spirit. Wir kriegen jetzt echt irgendwie sowas. Hier rechts. Ich halte drauf. Wenn ich loslasse. Das sieht auch nichts. Ich halte mal drauf. Dann sitzt sie irgendwie... Ach, können wir jetzt Clara sehen? Die Sicht wird gerade Clara, oder? Was ist jetzt passiert? Also, wenn das jetzt echt noch so ein... Ich würde fast so ein Action spielen. Guck mal, sie zeigen ihn nie von vorne, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Zeigen nicht das Gesicht von Jesus, oder? Oh, die Grafik. Grafik besser jetzt, ne? Clara, oder? Ich spinne rum, oder? Was sind deine Intentionen jetzt, Lord? Es ist mein Geist zu hören, oder? Er sagt, vor 40 Tagen sind fast so... Oh, nee, oder? Okay. Ich muss in... Äh... In die Wüste für 40 Tage. Und muss alleine durch meinen Willen irgendwie überleben. War das wirklich so? Ich sehe. Was sind deine... Was sind deine... Ach so... Hä? Wie, das war's? Luke, Jesus full of Holy Spirit Left the Jordan and was led by the Spirit into the Wilderness Komm, da gehen wir noch rein, aber dann warten wir, bis die Vollversion kommt Oh, jetzt Jesus full of the Holy Spirit Left the Jordan and was led by the Spirit into the Wilderness Where for 40 days He was tempted by the devil Ja, guck mal, er Allen Versuchungen hat er misstrotzt Gold Brot, Nahrung, alles Haben alles versucht Aber er bleibt standhaft Er hat nichts Alte, er hätte 40 Tage Nichts gegessen War das so? Muss ich nochmal lesen in der Bibel Ich weiß es nicht Aber wahrscheinlich, ne? Dann kriegt er immer nur diese Anderen Sachen mit Nur nach 37 Tagen Nichts essen und nur beten Was? You are starving Must have to each prayer location Oh, Alter Wir haben Hunger, Alter Ja, aber was ist das für ein Game, Digga Irgendwie will ich weiterspielen, aber ich liebe hier und nicht Oh, jetzt haben wir das super krampft Oh, jetzt haben wir das super krampft Warte mal, wir können das so an uns ranziehen Die Dinger, guck mal Ich kann mich nicht verletzen. Hä? Fuck! Ey, was ist das denn? Wo muss ich die auch facken? Ah! Boah, ist das laut, Alter! Ah! Sie wird so schießen oder so. Oh, ist laut. Ja, Digga, was ist das für ein Game? Wir müssen mal wieder überlesen. Scheiße, eben gar nichts. Ah ne, wir fasten ja auch gerade. Oh, war das gerade laut. Wie verrückt das Game. Wie verrückt das Game. Nein. Ich glaube das sind immer so Zitate aus der Bibel, diese Psalme. Jetzt wieder, Alter, das ist so lauer, Mann. Also ich muss sie wieder ranziehen. Ich werde jetzt aufhören. Ich werde jetzt aber aufhören, wir müssen auf die Vollversion warten. Keinen Angst, was ich jetzt hier noch spielen soll. Irgendwann ist es dann zu Ende. Es ist nur eine kleine Alpha. Ja, aber ich glaube, das Spiel kann ganz interessant werden. Ich bin gespannt. Aber hier habt ihr erstmal einen ersten Eindruck gehabt von der Alpha. Jeder, der will, kann spielen bei Steam. I am Jesus Christ. Haut rein. Ihr seht das auch hier. 0.00.083 Alpha. Ja gut. Schauen wir mal.